Heute reden alle nur über ein Thema und das heißt Clark, der interstellare Komet. Ich kann Clark gar nicht sehen. Tja, vielleicht schläft er noch. Dad. Einige der größeren Clark-Fragmente werden nun wohl doch in unsere Atmosphäre eintreten. Kein Grund zur Sorge. Worüber reden die da? Über diesen Clark-Kometen. Das ist keine Wahnsinnsshow. Wow. Wo fliegen die hin? Ich hab keine Ahnung. Gleich wird er einschlagen. Einschlagen? Nur ein Teil davon und nur eins mehr. Drei. Clark, zieh dir das an. Eins. Und wo ist die Explosion? Wir erfahren soeben, dass das Fragment, wie der Erwarten, in Florida eingeschlagen ist. Oh Gott, das weiß ich. Und werden jetzt noch mehr Teile einschlagen? Los, wir müssen weg. Guck mal, der Himmel brennt. Die lagen komplett falsch. Eines der Fragmente wird den Planeten zerstören. Die Raumfahrtbehörden fürchten, dass die Zerstörungskraft tödlich sein wird. Wir bleiben immer zusammen. Ich versuche uns in Sicherheit zu bringen. Das Militär bringt ausgewählte Leute zu bunkern in Grönland. Das ist unsere einzige Chance. Bleiben Sie zurück! Absperrung durchbrochen, Absperrung durchbrochen. Eure Neumann. Lassen Sie die Waffen fallen! Nathan! Alison! Wo seid ihr? Wo ist das? Wir finden ihn. Keine Angst. Das größte Fragment schlägt in weniger als 24 Stunden ein. Ich schwöre. Ich bringe meine Familie nach Grönland in diesem Bonker. Ich weiß, du schaffst das. Wenn Sie das hier hören, bringen Sie sich auf der Stelle in Sicherheit. Was soll das? Was ist los? Wenn Sie das hier hören... Oh Gott! John Ford! ...bringt Sie sich auf der Stelle in Sicherheit. Haltet euch fest! Bringen Sie sich auf der Stelle in Sicherheit. Bringen Sie sich auf der Stelle in Sicherheit. Bringen Sie sich auf der Stelle in Sicherheit.